Wir haben von Nike eine leichte Jacke im Sortiment, die dir bei deinen Laufeinheiten bei Wind und Regen Schutz bietet. Die Racerjacke ist nicht nur wasserabweisend, sondern dank der Phase auch atmungsaktiv. Die Feuchtigkeit wird vom Körper weg nach außen geleitet, so genießt du einen tollen Trahekomfort. Mit der Kapuze kannst du deinen Kopf schützen. Sie lässt sich über verschiedene Kordelzüge individuell einstellen. Die seitlichen Reißverschusstaschen mit Innentaschen bieten dir sehr viel Platz für deine Laufutensilien. Lass dir nicht vom Wetter vorschreiben, wann du trainieren kannst. Mit der Nike Racerjacke hast du einen Begleiter, der dich auch bei schlechtem Wetter schützt. Du bekommst sie zusammen mit den anderen Nike Textilien in deiner Runnerspoint Filiale oder bestell sie hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com.